Paulus erster Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deines so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deines so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deines so sehr geliebten Brot. Herr unser Gott, du hast den heiligen Apostel Paulus auf wunderbare Weise berufen und dazu auserwählt, den Heiden das Evangelium zu verkünden, das den Glauben, den er Königen und Völkern gepredigt hat, in der ganzen Welt Aufnahme finden, damit deine Kirche überall gedähe und wachse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Paulus, ein frommer Jude, Philippabrief 3, 8 bis 9 Ja, noch mehr, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, aufgrund des Glaubens. Gedanken Saulus war von Gott in vielerlei Hinsicht beschenkt. Und zu Recht war er auf sein Studium unter Gamaliel einem der großen Lehrer seiner Zeit stolz, ebenso wie auf die Traditionen seiner Vorfahren. Er erfüllte seine Pflichten als frommer Jude und konnte als Gerechter vor Gott stehen. Jedoch als Gott Paulus Christus Jesus offenbarte, seinen Sohn wurde die Welt des Saulus auf den Kopf gestellt. Er konnte sich nicht mehr länger an sein bisheriges Wissen und Werte klammern. Von nun an war das einzig Wertvolle für ihn Christus Jesus und der Glaube an ihn. So bitten auch wir, heiliger Paulus, hilf uns, dass wir all das beiseite lassen können. Was uns daran hindert, Jesus Christus als unserem Weg, unsere Wahrheit und unser Leben annehmen zu können. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, besonders die Heiden, die nicht getauft mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Apostel Paulus, Verkünder Gottes Wahrheit und Lehrer der Völker, bitte für uns, bei Gott. Glorreicher Heiliger Paulus, aus einem Verfolger der Kirche, bist du zu einem Apostel voll glühenden Eifer geworden. Um den Erlöser, Jesus Christus, bis an die Enden der Erde bekannt zu machen, hast du Gefängnis, Geiselung, Steinigung, Schiffbruch und sonstige Verfolgung erlitten und schließlich hast du bis zum letzten Tropfen dein Blut vergossen. Bewirke in uns, dass wir die Leiden, Bedrängnisse und Nöten dieses Lebens als Erweise der Barmherzigkeit Gottes annehmen, damit die Schwierigkeiten unserer Pilgerschaft uns im Dienst der Gottes nicht ermüden lassen, sondern unsere Treue und unseren Eifer mehren. Sitzenei zu Ehren der Heiligen 14 Nothelfer Herr erbarme dich unser Christus erbarme dich unser Christus erbarme dich unser Christus höre uns Gott Vater vom Himmel erbarme dich unser Gott Sohn Erlöser der Welt erbarme dich unser Gott Heiliger Geist erbarme dich unser Heilige Dreifaltigkeit ein einiger Gott erbarme dich unser Heilige Maria bitte für uns Heilige Gottes Gebärerin bitte für uns Heilige Jungfrau aller Jungfrauen bitte für uns Heilige Maria du Helferin der Christen bitte für uns Heiliger Erzengel Michael bitte für uns alle heiligen Engel bitte für uns alle heiligen Chöre der seligen Geister bitte für uns Heiliger Johannes der Täufer bitte für uns Heiliger Josef alle heiligen Patriarchen und Propheten bittet für uns Heiliger Petrus bitte für uns Heiliger Paulus bitte für uns alle heiligen Apostel und Evangelisten bittet für uns Heiliger Georg du überwinde aller Zweifel wieder den Glauben bitte für uns bitte für uns Heiliger Plasius du Helfer in Halsleiden bitte für uns Heiliger Erasmus du Tröster in körperlichen Schmerzen bitte für uns Heiliger Vitus du Patron der Jugend bitte für uns bitte für uns Heiliger Pandaleon du Patron der Kranken bitte für uns Heiliger Christophorus du Retter in Gefahren zu Wasser und zu Land bitte für uns Heiliger Dionysius du Erleuchter in Gewissensunruhen bitte für uns bitte für uns Heiliger Syriakus du Helfer in Anfechtung des bösen Feindes bitte für uns Heiliger Eratius du Beistand in Gottes Ängsten bitte für uns bitte für uns Heiliger Eustachius du Ratgeber in den verwickelsten Drangsaalen des Lebens bitte für uns alle heiligen Märtyrer bitte für uns Heiliger Egidius du Patron der Beistenden bitte für uns alle heiligen Mönche und Einsiedler bitte für uns Heilige Margareta du Helferin der Mütter bitte für uns Heilige Katharina du Patronin der büßenden Sünde bitte für uns Heilige Barbara du Patronin der Sterbenden bitte für uns alle heiligen Jungfrauen und Witwen bittet für uns alle heiligen Gottes bittet für uns sei uns gnädig verschone uns o Herr sei uns gnädig erhöre uns o Herr von allem Übeln erlöse uns o Herr von aller Sünde erlöse uns o Herr von deinem Zorne erlöse uns o Herr von Zorn, Hass und bösem Willen erlöse uns o Herr von heimlicher Nachstellung des bösen Feindes erlöse uns o Herr vom Pest, Hunger und Krieg erlöse uns o Herr vom Blitz und Ungewitter erlöse uns o Herr von dem ewigen Tode erlöse uns o Herr in allen unseren Nöten und schweren Anliegen erlöse uns o Herr durch das Geheimnis deiner heiligen Menschwerdung erlöse uns o Herr durch dein Kreuz und Leiden erlöse uns o Herr durch die Verdienste und Fürsprache deiner heiligsten Mutter und mächtigsten Nothelferin erlöse uns o Herr durch die Verdienste und Fürsprache der 14 heiligen Nothelfer erlöse uns o Herr durch die Verdienste und Fürsprache aller Heiligen erlöse uns o Herr am Tage des Gerichtes erlöse uns o Herr wir armen Sünder wir bitten dich erhöre uns dass du uns verschonest wir bitten dich erhöre uns dass du uns verzeihest wir bitten dich erhöre uns dass du uns zur wahre Buße und Erkenntnis der Sünden führen wollest wir bitten dich erhöre uns dass du deine heilige katholische Kirche regieren und erhalten wollest wir bitten dich erhöre uns dass du uns auch im Folge Frieden und Einigkeit verleihen wollest wir bitten dich erhöre uns dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest wir bitten dich erhöre uns dass du den Verstorbenen die ewige Ruhe schenken wollest wir bitten dich erhöre uns du Sohn Gottes wir bitten dich erhöre uns wir bitten dich o du Lamm Gottes welches du hinwegnimmst die Sünden der Welt verschone uns o Herr o du Lamm Gottes das hinwegnimmt die Sünden der Welt erhöre uns o Herr o du Lamm Gottes das hinwegnimmt die Sünden der Welt erbarme dich unser o Herr Christus höre uns Christus höre uns Christus höre uns Christus höre uns Christus erhöre uns Christus erhöre uns Christus erhöre uns Herr erbarme dich unser Herr erbarme dich unser Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für unsere arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit, besonders die nicht getauften. Eiden mit dem Gnadenbürgen, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Bittet für uns, ihr heiligen 14 Nothelfer, dass wir würdig werden, der Verheißung in Christi. Lasset uns beten. Ein mächtiger Gott, der du die 14 Nothelfer wegen ihrer vorzüglichen Tugenden mit ewiger Herrlichkeit gekrönet und sie dadurch ausgezeichnet hast. Dass wir schwache Menschen sie in unseren Nöten anrufen sollen. Wir bitten dich durch die Verdienste dieser Heiligen. Gib uns die Gnade, dass wir ihnen in der Tugend nachfolgen und für das Heil unserer unsterblichen Seele sorgen. Schenke uns Nachlassung aller unserer Sünden und deinem Beistand zum Guten. Damit wir bis zum Ende in deine Liebe verbleiben und nach diesem vergänglichen Leben mit der Krone der ewigen Glückseligkeit belohnt werden mögen. Erhöre gnädig unsere Bitten. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott, du Ausspender der Gnade und Liebhaber des menschlichen Heiles. Wir flehen deine Güte an, dass du die Brüder und Schwestern der 14 heiligen Bruderschaft, welche aus dieser Welt abgeschieden sind, auf die Fürbitte der allzeit reinen Jungfrau Maria und alle deine Heiligen zur Teilnahme an der ewigen Seligkeit gelangen lässt. Gott, du Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, verleihe denen die Seelen deiner Diener und Dienerinnen Nachlassung aller Sünden. Damit sie die Verzeihung, die sie allzeit gewünscht, durch fromme Fürbitte erlangen. Der du liebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Gebete zum heiligen Apostel Paulus. Heiliger Apostel Paulus, bittet den barmherzigen Gott. Er wolle unseren Seelen die Verzeihung unserer Verfehlungen schenken. O du großer Diener Gottes, heiliger Apostel Paulus, bitte für uns, Sünde. Bitte den Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er uns nach dem Rechtum seine Herrlichkeit gibt, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden, bis zur ganzen Fülle Gottes. Gedenke in deinen Gebeten unserer, damit der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung, der Wahrheit gibt in der Erkenntnis seiner selbst, und erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ihm sei die Ehre in der Kirche in Christus Jesus auf alle Geschlechter in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. O du großer Diener Gottes, heiliger Apostel Paulus, bitte für uns Sünder. Bitte den Gottes Friedens ermöge uns durch und durch Heiligen und unser ganzes Wesen, den Geist, die Seele und den Leib, untadelig bewahren bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Bitte alle Zeit für uns, dass unser Gott uns der Berufung würdig macht und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringt. Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht wird und wir in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen. Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich, Sünderin Bitte für mich, Sünderin Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich, Sünderin Heiliger Apostel Paulus Er wolle meiner Seele die Verzeihung meiner Verfehlungen schenken Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich, Sünderin 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 Heiliger Apostel Paulus Heiliger Apostel Paulus Bitte für mich, Sünderin Heiliger Apostel Paulus Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit, Amen Maria mit dem Kindelieb uns allen deinen Segen Heiliger Apostel Paulus